Die junge Dame ist neu gegründet worden hier in Roden. Wenn der irgendwas haben sollte, was mit der Geschichte mit Roden zu tun hat, melde dich bitte bei denen. Die führen dann Protokoll, sammeln Bilder, archivieren Bilder und so weiter und so fort. Des Weiteren, den habe ich noch vergessen. Ah, die Stadtratsmitglieder, die Frau Lai, ist die da? Stehen Sie mal wieder auf, jawohl. Wer ist noch im Stadtrat drin? Der ist gerade weg, okay. Der Rossbild, so. Des Weiteren hier, dem Verwalter hier vom Pelekarten, den Herrn Schöfer, und gleichzeitig Vorsitzenden vom Kleinzieher Zuchtverein. Richtig so? Ja. Stehen wir auf, dass ich das sehe. Ja, das ist der Herr Schöfer. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch keinen vergessen habe. Wenn ja, hol ich es irgendwann nach. Ich bringe euch gleich was zu trinken. Oh, was soll ich denn? Was ist denn das? Ich brosche. Hast du gut gemacht. Cheers. Cheers.